Guess who's back? Hallo, ich bin's, Julia vom Dropcast, dem Podcast von DropMac. Ich war letzte Woche leider nicht da und habe Tom ganz alleine gelassen, aber diese Woche ist wieder fast alles wie gewohnt. Komm, sag, ich habe Blut gemacht. Du hast es fantastisch gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. In Zukunft geht das immer ohne mich. Natürlich nicht. Wir wollen Männer und Frauen gleichzeitig zu Wort kommen lassen. Auch wenn ich dich nicht abschneide, so wie jetzt. Ja, das ist ja aber normal in eurem Patriarchat. Richtig. Das sind wir schon gewohnt. Apropos Patriarchat. Die Welt blutet. Ihr wisst es, die letzte Woche war richtig, richtig krass. So krass, dass wir auch überlegen waren, diese Folge vielleicht nicht aufzunehmen. Aber wir haben beschlossen, dass vielleicht das helfen kann, wenn man ein bisschen, wenn man fertig ist mit der Welt, auch eine Unterhaltung sich zu suchen. Und diese Unterhaltung wollen wir euch heute mit unserem Podcast deliveren. So ist es. Deliveren. Kleine Timeout von dem ganzen Protesting und natürlich Social Engagement. Habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen runterzukommen. Aber natürlich lassen wir euch nicht ganz auf den Hook. Wir haben natürlich auch ein bisschen Black Lives Matter Content, ein bisschen Bildung und ein bisschen Statements zu dieser ganzen Sache, wo ihr euch noch informieren könnt. Deswegen checkt auch bitte auf Instagram, natürlich aus. In den Highlights findet ihr Resources um das ganze Thema herum. Und wir haben das schon aufgenommen. Da werden die Demonstrationen, die dieses Wochenende am Alexanderplatz sind, hat sie schon stattgefunden. Wir nehmen ja einen Tag vorher auf. Und daher bitte, ich hoffe, ihr wart alle zahlreich dann da und unterstützt diese ganze Sache. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Ansatzpunkte für Hilfe braucht, guckt in die Highlights bei uns. Dort sind einige Sachen verlinkt, um euch aufzuklären, um euch vielleicht die Sache verständlicher zu machen und zu helfen, dass ihr anderen helft. Das ist es nämlich. Was kann man auf alle Fälle gegen Rassismus tun? Sich informieren. Das wäre ganz wichtig für euch. Genau. Bildung steht ganz oben. Deswegen sind wir, glaube ich, auch alle Lehrer. Und das sagen wir nicht nur, weil wir Lehrer sind. Soll ich gerade sagen. Genau. Apropos Schule. Apropos Schule, genau. Let's go. The School for Good and Evil ist unser erstes Thema. Und zwar ist es eine Romanreihe, die sich dreht um zwei Freundinnen, Sophie und Agatha. Die sind nämlich beide auch beste Freundinnen. Und die gehen auf diese Schule für Good and Evil. Und diese Schule für Good and Evil bietet eine Karrieremöglichkeit für Mädchen, die entweder ausgebildet werden können in Richtung Prinzessin Heldin oder Hexe Bösewicht. Also dunkel, hell, sehr staro. Und das halt so ist im Leben. Genau. Und die beiden sind da, wie gesagt, sehr gute Freundinnen. Und die eine möchte natürlich Prinzessin werden, beziehungsweise jedenfalls auf die helle Seite. Bö. Ja. Genau. Ich danke. Ich habe deine Augenrollen gesehen und alle jetzt auch. Agatha hat das natürlich, würde gerne in Richtung dunkle Seite gehen. Und die kriegen aber nicht das, was sie wollen, sondern es kommt genau umgekehrt. Und dann müssen sie natürlich damit leben und gucken, wie sie weiter damit umgehen. Und diese Reihe ist aufgeteilt in, ich glaube, die ersten drei Bücher. Ich glaube, sechs Bücher gibt es insgesamt. I have struggled with my identity. Oh, sorry. Somebody has struggled with my identity. I guess Agatha und Sophie auch. Und, ähm. Squee-Ei-Staffel 5, die im Hintergrund läuft. Sorry, Leute. Schon mal, schon mal, schon mal, what to watch vorweggenommen hier. Aber, äh, nichtsdestotrotz, ähm, äh, gehen die ersten drei Folgen um die Schulzeit. Diese School for Good and Evil und dann die anderen drei Romane gehen um die Zeit während ihrer, ihres Jobs sozusagen. Und, äh, das hört sich auf jeden Fall sehr Harry Potter-esk an und es macht auf jeden Fall Spaß. Und Paul Feig wird das Ganze, äh, verfilmen für Netflix. Also, ähm, seid gespannt, wann das dann endlich auf Netflix zu sehen sein wird. Ich hab auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ich denke auch. Das wird total angenehme, leichtfüßige Komödienhand, äh, Nettigkeit. Wird niemandem wehtun, denke ich. Genau. Nicht so wie unser nächster Film, oder beziehungsweise das nächste Projekt, über das wir sprechen wollen, und zwar Kill Them All. Kill Them All. Bang, 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 bang. So. Jedenfalls wird diese ganze, ist das eine, eine Graphic Novel, die von Kyle Starks ist und die wird, ähm, verfilmt jetzt. Und zwar von Victoria Mahoney, die eine Second Unit Director, äh, war bei Star Wars 9, als eine der ersten, also die erste Frau, die überhaupt an Star Wars mitgearbeitet hat, also aus der Perspektive. Und, äh, James Coyne, der schreibt das Ganze dazu, basierend auf dieser Novelle und, äh, Graphic Novel, meine ich. Und das Ganze soll eine Hommage an 90er Actionfilme sein. Und die Storyline, äh, dreht sich um einen, äh, alten, äh, runtergeschlagenen Cop und eine, äh, weibliche, äh, Profi-Killerin, die auf jeden Fall, äh, Revanche möchte an einem Miami-Drogenboss, der in einem 50-stöckigen Haus wohnt. Und wer jetzt merkt, 50-stöckiges Haus, hm, das hab ich doch schon mal irgendwo gehört, ja, The Raid lässt klingeln, weibliche Hauptrolle diesmal. Ich freu mich auf Action, wenn es wirklich 90s wird, weil The Rock, Face Off und wie sie alle heißen, waren alle großartige Filme, deswegen kann das so gut werden. Vielleicht geht's ja auch ein bisschen, wir haben vorhin schon diskutiert, äh, in Richtung Lethal Weapon 4 und so ein Komik. Oh, Lethal Boring Film, danke. Ja, aber auf alle Fälle halt nicht nur so sich selbst zu ernst nehmen in seiner Action, sondern eben auch ein komisches, komisches Sprinkle on top, komisches Sprinkle on top, so wie in Die Hard, ganz genau. Ja, Leute, und wenn ihr jetzt denkt so, kill them all, I don't even care, sondern ich möchte lieber was fürs Herz, fürs Herz haben wir euch auch was mitgebracht, nämlich den neuen Studio-Ghibli-Film, I am the Witch. So ist es. Und Tom und ich betteln uns ja ganz gerne, wer der größere Studio-Ghibli-Fan ist und ich bin's, deswegen habe ich euch jetzt. Selbst ernannt, ja. Selbst ernannt. Pass auf, ich werde bei Instagram, ich werde so eine kleine Umfrage starten, dann werden wir mal gucken, wer gewinnt. Na, dann muss man, also, dann machst du sozusagen, woher sollen die das denn wissen? Naja, du präsentierst das ja hier und natürlich, äh, in unserem Podcast erwähnst du das ja, also, du kannst dich auch nicht sagen, was selbst ernennen. Gut, ich kann jetzt auch nicht von biased, na, jedenfalls gibt's einen neuen Studio-Ghibli-Film, der Sohn von Hayao Miyazaki wird das Ganze machen, es wird der erste Full-3D-CG-animierte Film sein und ist zum Beispiel auch auf der Cannes-Liste, die wir nachher euch noch vorstellen werden, also Cannes wie in das Festival. Und basiert auf einem Diana Wynne-Jones-Roman, nämlich Earwig and the Witch. Und das ist deswegen so cool, weil die auch den Roman schon gemacht hat, auf dem Das wandelnde Schloss basiert, den ich manchmal für meine Top-1-Ghibli-Produktion halte. Manchmal ist es Chihiro, manchmal ist es Mononoke, tagesformabhängig. Ja. Und, äh, der Plot klingt großartig. Und zwar geht es darum, dass Earwig von einer Hexe namens Bella Yaga adoptiert wird. Und sie muss sich in dieser neuen magischen Welt, die sich dadurch eröffnet, zurechtfinden. Und wer hilft ihr? Eine sprechende Katze. Und alle, die bei der Neuverfügung von Sabrina the Teenage Witch gedacht haben, oh Mann, wieso sagt Salem eigentlich nichts? Ich zum Beispiel, ich hab mich sehr gewundert, ist jetzt sozusagen endlich wieder glücklich. Endlich wieder in Salem. Ey, yo. Ja, äh, hast du eigentlich die dritte Staffel schon geguckt? Ich hab die immer noch nicht geguckt jetzt. Die dritte Staffel? Ja, oder was ist die dritte Staffel? Oder der zweite Teil der zweiten Staffel von Sabrina? Meinst du den ersten Teil der zweiten Staffel vielleicht? Nee, da gab's doch, kam doch vor ein paar Monaten, glaube ich, die neue... Ja, das war meine allererste What-to-Watch-Empfehlung im Podcast. Ja, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, muss ich sagen. It is what I was. Jedenfalls, ähm, geht's dann weiter mit weiteren knuffigen Wesen. Und zwar Alien. Aber so... Genau, genau. Das war eher visuell. Genau, genau. Leute, also die jetzt natürlich zugeguckt haben auf YouTube, die haben das schön sehen können, wie du das dargestellt hast. Traumhaft. Traumhaft. Deine Theaterkünste sind immer wieder sehr beeindruckend. Dreieinhalb Jahre Theaterstudio, man merkt das sofort. Also Ridley Scott, der gibt nicht auf. Der ist ja schon, ist er 83, glaube ich, oder so, in den 80ern ist er auf jeden Fall recht alt. Und der will immer noch Filme machen, und zwar Alienfilme. Er hat Bock auf diese Franchise und er hat gerade mit der LA Times gesprochen und hat dann darüber ein bisschen philosophiert, worum das so gehen soll. Und da stellt er da in den Mittelgrund, dass er wieder an diese alten Sachen anknüpfen muss, die er gemacht hat. Und die ersten Filme halt, den richtigen Grund haben, wer, warum und aus welchen Gründen was macht. Und diese Fragen müssen halt ihm besser beantwortet werden, damit er wirklich wieder anknüpfen kann an seine narrativen Horror-Sci-Fi-Erfolge. Es ist irgendwas zwischen, ich schreibe meine eigene Fan-Fiction und ich bin ein nostalgischer Opa, denn früher war alles besser. What? Nee, ja, komm, das ist so. Aber um Narrative, natürlich waren manche Sachen besser als andere. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss nicht immer alles ausbuchstabieren. Manches kann auch einfach Mystery bleiben. Aber, ja, ich finde das eigentlich nicht anders. Ich mache jetzt noch einen Film und der beantwortet alle W-Fragen. Achso, meinst du das? Ja, aber ich glaube, das ist eher anders. Also, ich glaube, es geht eher darum, dass das Story-Narrativ in sich diese Fragen beantworten kann, damit es Sinn macht und damit es wieder, und nicht einfach nur genau das, was du anprangst, halt nicht macht. Ja, aber hast du das Gefühl, dass Alien für dich keinen Sinn macht? Doch, macht Sinn. Deswegen, das meine ich ja, aber die neuen Teile machen keinen Sinn. Oder beziehungsweise die werden nur angefügt, genau das, was du gemeckert hast. Ja, gut. Genau, und das soll ja nicht, genau das will er ja nicht. Na dann, go Ridley Scott, do it, beeil dich. Beeil dich. Jetzt hast du so alt oder was. Naja, speaking of another things, another round ist unser nächstes Thema. Und zwar ist das der Cannes-Film, der von dem Herrn Winterberg und Mikkelsen wieder, also die haben eine Reunion sozusagen, weil die haben schon in The Hunt zusammengearbeitet, wo sie, wo es um einen pädophilen Lehrer ging, glaube ich, der Kindergartenerzieher, und der wurde halt von dem Dorf sozusagen gegeißelt, aber eigentlich, ja, sind da andere Dinge am Werk. Und das ist schon sehr, sehr interessant gemacht und ein sehr guter Film. Also 2011, glaube ich, kam der raus. Das ist eine super Empfehlung. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das an, The Hunt. Und, ja, die sind wieder zusammen jetzt und machen einen neuen Film, Another Round. Da geht es natürlich um Alkohol. Also ich kann nicht so viel mitreden, aber Julia bestimmt umso mehr. Hier geht es nämlich um vier Freunde, die auch Lehrer sind, so wie wir beiden. Also hier, Lehrer 5 hier. Yes! Und die versuchen natürlich irgendwie so eine, es gibt so eine Theorie halt, dass die durch konstanten Alkohollevel, was sie in ihrem Privatleben und im Berufsleben haben, was sie dann auch mal testen im Trailer, sieht man das immer schön gut, dann haben sie einen Alkoholtester dabei und pusten dauernd rein. Und dann laufen die Dinge wirklich gut und dann scheint das zu funktionieren. Und dann irgendwann wird das wohl gegen den Baum gefahren werden. Ja, ich finde, es ist halt ein klassisches, skandinavisches Konzept, dass du als Zuschauer in dich zuerst hervorragend amüsierst und denkst du, haha, ist das alles lustig, Adams Äpfel. Und je länger der Film geht, desto krasser werden die Dinge, desto stärker bleibt dir das Lachen im Hals stecken. Das ist für mich so ein ganz klassisches Skandi-Konzept. Ich kann mich noch echt gut erinnern an mein Kinoerlebnis zu Adams Äpfel. Es war echt krass. Deswegen, okay, I'm all in. Ich meine, ja, auch Mats Mikkelsen. Ja, Lehrer, die sich besaufen, um ein gutes Leben zu haben, well, sounds familiar. Okay, nicht bei mir. Aber nur gut. Jedenfalls ist der Film auch Teil der Official Con Selection, das ja dieses Jahr nicht so fest stattfinden kann, das Festival. Und sie haben jetzt natürlich ihre ganze Liste offenbart. Und ich hab jetzt, hab das in den Show Notes natürlich drin, auch genau wie den Another Round Trailer. Und hier ist mal ein kleiner Einblick von ein paar Sachen, die erwähnenswert sind. Auf jeden Fall The French Dispatch von Wes Anderson, der ganz oben mitspielt. Und dann, es gibt diesmal sogar zwei Steve McQueen Filme im Rennen, Lover's Rock und Mangrove. Und ja, viele, viele, viele interessante Sachen, wie auch den einen deutschen Film, der heißt Enfant Terrible, da ist er, von Oskar Röhler. Und der zeichnet so ein bisschen die Werner Fassbinder-Seite ab, der so ja als Enfant Terrible gehandelt wurde in seiner Zeit. Ich glaube, Enfant Terrible ist auch ein Euphemismus, muss man echt mal sagen. Das war, glaube ich, auch so ein richtiger patriarchaler Typ. Ja. Und First Feature Films, was das angeht, hier seht ihr schon, Falling von Viggo Mortensen. Das, da höre ich bisher nur Gutes von. Ich freue mich wirklich auf diesen Film und will den unbedingt sehen. Und ja, viele, viele gute Sachen, die immer aus so Festivals kommen. Und wie gesagt, die Liste ist drin in den Show Notes. Also guckt mal durch, worauf ihr euch natürlich noch vielleicht, hoffentlich auch im weiteren Jahr freuen könnt, dass die Sachen rauskommen. Ganz genau, die Liste fließt sich nämlich, also da läuft einem so ein bisschen das Kino-Wasser-Mund zusammen. Der Popcorn-Groch steigt einem in die Nase. Ja, ich glaube, das ist die beste Metapher. Der Popcorn-Groch steigt einem in die Nase, weil man sich darauf freut, dass die Kinos bald wieder öffnen. Und uns jede Menge tolle Filme ins Haus, also in ihr Haus bringen. Und ich bin ja eigentlich auch schon ganz freudig erregt auf die Freiluft-Kino-Saison. Die beginnt ja nur nächste Woche. Im Moment ist das Wetter noch so meh, aber was nicht ist, das kann ja noch werden, wa? Ja. Aber was guckt man im Freiluft-Kino? Wir wollten anfangen mit Queen und Slim, hier bei uns in Rehbelge, Freiluft-Kino. Warum denn nicht? Kann man empfehlen, auf jeden Fall. Und ansonsten passiert dann noch einiges mehr, Leute. Geht halt einfach ins Kino. Das lohnt sich. Bevor ihr, 2.7. ist ja Berlin, das ist das Stichdatum sozusagen wahrscheinlich. Also habt ihr Zeit, ins Freiluft-Kino zu gehen, um ein bisschen Kino-Feeling wieder zu bekommen. Yay! Apropos Feeling. Hast du kein Feeling? Doch, I've got a good feeling about this, actually. Wir wechseln rüber zu den TV-News und da darf Lovecraft Country eröffnen. Wir haben euch einen Trailer in die Show Notes gepackt. Und Lovecraft Country ist ursprünglich ein Roman gewesen von einem weißen Schriftsteller, nämlich Matt Ruff. Thematisiert aber die Racial Injustices in den USA der 50er, diese Jim Crow-Ära, also diese schreckliche. Und das Besondere an diesem Buch-Slash-Serie ist, dass hier eben diese soziale Sache, dieser Rassismus auf, Achtung, Pulp-Horror trifft. Das heißt, wir kriegen Monster, wir kriegen Geister, wir kriegen Geisterhäuser, wir kriegen Besessene, alles drin. Es ist highly mysterious, richtig, richtig guter Stoff. Ich habe das super, super, super gerne gelesen und parisch damals schon so, das wäre die beste Serie ever. Deswegen high hopes dafür. Und gemacht ist das Ganze auch von Misha Green, die Underground ja schon gemacht hat, was ja eine sehr coole Serie war zum Thema Sklaverei und so weiter und so fort. Und jetzt führt sie hier Regie und Jordan Peele und G.J. Abrams zum Executive Producer und also richtig, richtig viele gute Leute, die da dran arbeiten. Und es kann nicht zu einer besseren Zeit kommen, um zu zeigen, wie horrormäßig die Realität ist, wenn es zum Thema Rassismus in Amerika kommt. Apropos, wann und wo läuft das eigentlich? Auf HBO diesen August, aber kein genaues Startdatum, habe ich hier gelesen, aber steht auch unter dem Trailer. Ich habe es, wie gesagt, in die Shownotes reingepackt und die Leute können das auch nebenbei gerade ein bisschen sehen. Das heißt, ich muss mein Sky-Ticket-Abo noch bis August behalten? Anscheinend. Okay, Mist. Unsere nächsten News werden wir leider erstmal nicht im deutschen Fans zu sehen bekommen, nämlich Love, Victor, das Spin-Off von Love, Simon, dem niedlichsten Film. Darüber, was es heißt, out of the closet zu kommen. Ich war damals total berührt von diesem Film. Ich habe gelacht, geweint. The full palette. Und diese Serie spielt an der gleichen Schule, wird aber eine neue Perspektive zeigen, sexuelle Orientierung betreffend, nämlich Bisexualität. Was ja viele Hiten als 50% Hetero, 50% Homo, glaube ich, in ihrem Kopf haben. Aber in Wirklichkeit ist es ja viel komplexer und ich glaube, da ist noch ganz viel Bildung zu tun. Deswegen super, wenn das jetzt mit so einer total sweeten Highschool-Serie geschieht. Genau, ich bin auch gespannt. Es war ja eigentlich für Disney Plus geplant, die Serie, aber das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert. Und es geht zu Hulu, das ist natürlich zu Ungunsten deutscher Gucker, aber die VPN-Möglichkeit besteht weiterhin. Also vielleicht können der ein oder andere natürlich da anknüpfen und da sich die Serie schon ab 19.06. auf Hulu angucken. Ich komme dann zur Ferien, wir gehen mal bei dir vorbei und dann gucken wir mal gemeinsam. So machen wir es. Hm, dann machen wir uns so. Ach, das wird nett. Okay. Social Distancing, aber kommt, haut ist groß genug. Ja, Leute, nicht, dass ihr denkt, wir würden... In meinem Palast. Man sieht es doch, wie schön es bei dir ist. Ja, aber schön ist ja nicht gleich komisch. Hm. Hm. And that's what she said. Alter, warte, ich habe keine Dings-Board-Möglichkeit. Ja, um The Dumms zu machen. So. Apropos The Dumms, Mama Erde grüßt. Heute ist an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, dem 5.06. World Environment Day. Und das führt uns direkt zu unseren verschiedenen News. Und zwar hat Whoopi Goldberg zusammen mit den Klimaaktivisten Extinction Rebellion, einen animierten Kurzfilm, drei Minuten lang aufgenommen, der The Gigantic Change heißt. Findet ihr auf YouTube, wir packen es euch in die Shownotes. Und der Film erzählt aus dem Jahr 2050 und rekapituliert zum einen die aktuelle Klimakrise und hat dann aber so einen total cuten Turn, in dem der Enkel der Erzählerin sich ausmalen darf, wie die Menschheit gemeinsam angepackt hat, um die Klimakrise abzuwenden. Und das Ganze wird damit eigentlich auch zum Call to Action. Die letzten Worte des Filmes sind Und Whoopi Goldberg reiht sich ja damit in eine sehr illustre Runde von Klimaaktivistinnen schauspielerischer Art ein. Joaquin Phoenix hat auch schon mit Extinction Rebellion zusammengearbeitet. Leonardo DiCaprio ist ja seit Ewigkeiten an erster Front und auch Jane Fonda ist ziemlich aktiv zum Beispiel. Die Industrie hat jedenfalls ein bisschen was zu tun. Gerade die lässt, Gott sei Dank schweigen nicht alle. Es ist ja immer diese Idee von, wer schweigt, der ist Mittäter. Und deswegen sind wir hier ganz glücklich, euch einige Menschen aus dem Business präsentieren zu können, die gerade tatsächlich Aktionen betreiben. Tom? Genau. Und dazu gehört zum Beispiel der Criterion Channel, der dafür sorgt, dass man sich zurzeit sehr gut bilden kann mit verschiedensten schwarzen FilmemacherInnen oder beziehungsweise mit Perspektiven aus der schwarzen Kultur beziehungsweise Gesellschaft, wie zum Beispiel Black Panthers von Agnes Vardar, die man ja kennt als Regisseurin, die auch in den letzten, ich weiß nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr sehr geehrt wurde. Mit einem Oscar sogar, glaube ich, fürs Lebenswerk oder irgendwas. Auf jeden Fall irgendwo da in der Richtung. Und Maya Angelou hat Sachen dabei. Dann haben wir ältere Filme natürlich, die ein bisschen aufdecken. Und natürlich auch historische Dokumentationen und sowas. Und das gibt es alles gerade umsonst auf dem Criterion Channel. Guckt rein. Es ist sogar ohne VPN möglich, die Sachen sich anzugucken. Ohne sogar sich da hier ein Sign-up zu machen. Man kann direkt aufklicken. Das ist ein bisschen verwirrend. Also wenn ihr auf der Seite seid, gibt es da einen Trailer. Dann steht da Sign-up. Aber nicht auf Sign-up drücken, sondern unten drunter. Da gibt es nämlich nochmal, da steht dann das Video sozusagen. Wenn ihr da aufklickt, dann geht es los. War auch ein bisschen verwirrend am Anfang, weil ich da dachte, ich muss mich doch absignen. Aber musste ich nicht. Und was gibt es da zu machen? Das ist so ein bisschen süß. Nee, das ist so lieb einfach, wie du das erzählst. Aber in Wirklichkeit erzählst du einfach, wie Dios gerade gegangen ist, als du es aufprobiert hast. Ja. Lebens echt. Jedenfalls war das so, genau. Und das sind nur eine der Sachen, die es dann zur Zeit natürlich gibt, um Awareness zu schaffen. Und zum Beispiel der Film auch, Just Mercy ist gerade auf iTunes sogar umsonst zu haben. Also checkt das aus. Warner Brothers hat das zur Verfügung gestellt, damit Bildung in Richtung systematischer Rassismus geschehen kann. Was nicht nur ein amerikanisches Phänomen ist. Also lasst euch bitte nicht davon blenden. Und auch in Deutschland und in Europa gibt es diese Sache leider viel zu oft. Und deswegen müssen wir dagegen was tun und sollten uns auch in der Richtung weiterhin bilden. Dann gibt es natürlich ein neues Poster von Spike Lee, weil ich ja wie gesagt ein Poster verfechter bin. Und das Poster, finde ich, passt nicht nur zu dem Film, der Five-Bloat-Szene gemacht hat, sondern umso mehr zu der Situation, die gerade in den USA stattfindet. Und zwar sieht man da Our Fight is not in Vietnam und die Faust und so weiter und so fort. Und eine Rüstung, eine, nicht Rüstung, eine Uniform, eine Armee-Uniform. Und ich finde, das ist ja auch ganz interessant gemacht, weil es ja oftmals auch darum geht, vor allem halt, wenn man diese Football-Debatte sich betrachtet, dass das da gesagt wurde. Zum Beispiel Drew Brees hat in letzter Zeit, wo es auch sehr, sehr großen Backlash gab, hat gesagt, dass es halt, wie gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn man sich hinkniet und so weiter und so fort bei der National Anthem. Das ist Disrespekt gegenüber den Truppen. Aber nein, das ist es überhaupt nicht, weil es geht immer eine tiefergründige Sache und beziehungsweise die Repräsentation von Menschen, die eigentlich zu diesem Land gehören und auch wo Truppen in den Kampf gehen für dieses Land und die gar keinen Respekt bekommen beziehungsweise viel weniger bekommen. Und das ist halt schon eine interessante Debatte beziehungsweise auch eine wichtige Debatte, die in der Richtung, wo sich was ändern muss. Und von daher hoffe ich, dass da auch Änderung entstehen kann und auch vielleicht durch diesen Film, der vielleicht auch nochmal da gute Ansätze hat und gute Betrachtungsweisen, lege ich den euch als Herz am 12. Juni nächste Woche, wird auch nochmal in den What to Watch nächste Woche definitiv empfohlen von mir, kann ich jetzt schon mal sagen. Weiter geht's mit The Rock, der sich ausspricht, vor allem gegen Präsident Trump. Er fragt ihn, where are you? Also in der Sinne, wo bist du? Du zeigst dich nicht, du machst nichts. Bitte? Auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz, ja. Auf jeden Fall nicht da, wo er sein sollte. Und auch zum Beispiel, dass das Weiße Haus jetzt da diesen Schutzzaun hat. Das gab's ja auch, glaube ich, noch nie. Die haben ja nochmal einen Schutzzaun da jetzt rumgezogen. Hast du das gesehen? Ich weiß es nicht, aber wenn es jemandem zuzutrauen ist, dann diesen Menschen. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal seit Geschichte des Weißen Hauses, dass da ein Extrazaun rumgezogen wurde beziehungsweise diese Art von Schutz gebaut wurde. Finde ich schon verrückt und The Rock trifft echt wirklich die guten Worte dafür. Also wer die Achtmieten hat, guckt euch das bitte an. Das ist sehr bewegend, das ist sehr wichtig und es gab ja die Debatte, dass er mal Präsident werden soll und ich bin dafür, warum nicht. The Rock ist ein guter Typ, charismatischer Mensch, der auch was Schlaues zu sagen hat und ein Leader seiner Community ist und deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass er vielleicht Präsident mal werden könnte. Könnten wir ja irgendwann anders mal debattieren, weil vielleicht sind ja auch einige andere in der Meinung wie ich, dass charismatisch noch nicht reicht, um Präsident zu sein. Aber ist ja okay, den kann ja natürlich er irgendwann mal acht Jahre machen und dann kann ja auch noch mal Michelle acht Jahre machen und so weiter und so fort. Gibt es ja mögliche Hände. Es sind ja nur acht Jahre möglich. Also wir müssen ja einen weiteren Zeitraum haben, um Leute... The Rock ist jedenfalls nicht der Einzige, der sich gerade ausspricht. Ganz berührend waren die Worte, die John Boyega in London vor zwei Tagen im Hype Park gefunden hat. Wahnsinnig bewegende Rede, die ihr euch jedenfalls nochmal anhören solltet und die viel retweetet wurde, auch von anderen Hollywood-Größen. Und John Boyega, der ja auch, glaube ich, für Star Wars schon ein bisschen was abgekriegt hat zum Thema Rassismus. Ihr wisst es vielleicht, wir hatten vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal so ein Video gemacht zum Thema Rassismus und Star Wars Fans, was leider auch nicht so angenehm ist. Und John Boyega fürchtet jetzt natürlich, dass er, nachdem er sich so ausspoken war, vielleicht nie wieder angestellt wird. Denn wenn wir etwas wissen, dann, dass die Hollywood-Industrie immer noch sehr, sehr, sehr weiß ist. Genau. Und das ist halt schon eine krasse Sache, dass man natürlich sagen muss, dass man vielleicht keine Rollen mehr kriegt. Ich finde es ähnlich so ein bisschen wie bei der Aladdin-Verfilmung. Ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, von der Aladdin gespielt hat. Der bekommt auch zum Beispiel gerade keine Rollen mehr, obwohl er eigentlich fast eine Milliarde hat der Film eingenommen. Und er ist die Hauptfigur in dem Ding. Er bekommt trotzdem keine wirklichen Rollen danach mehr. Und das ist halt schon, ist schon krass. Hollywood, Quo Vadis, nimm dir auch bitte mal am gleichnamigen, super großartigen Serie ein Beispiel. So ist es. Jedenfalls hoffen wir mal, dass wir diesmal was bewirken können mit diesem Black Lives Matter Movement. Also geht zu Protesten. Seid da, gebt Leuten eine Stimme vor allen Dingen, die keine Stimme haben. Und das... Wenn ihr könnt, spendet. Das wäre auch mal großartig. Sucht euch eine Organisation raus, die mit eurem Geld unterstützen wollt. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn ihr kein Geld habt, guckt YouTube-Videos von Influencern, die ihr Geld, also beziehungsweise die Einnahmen über die Werbung nutzen, um halt dort noch mehr, also das Geld zu spenden danach. Und das, wie gesagt, das ist einfach gemacht. Lasst das Video laufen nebenbei, keine Ahnung. Das macht Geld. Das hilft allen. Und natürlich habt ihr somit auch geholfen. Und das ist ein einfacher Weg, vor allen Dingen für Schüler und Schülerinnen da draußen, die natürlich vielleicht nicht das Taschengeld haben oder die Möglichkeit haben, etwas zu spenden. Ja, aber zum Beispiel, anstatt ihren Eltern was zu Weihnachten zu schenken, können sie ja eine Spende machen. Das wäre doch mal ein Traum. Aber Weihnachten ist ja noch lange hin. Was ihr auf jeden Fall tun könnt, ist euch informieren. Und hier sind wir auch schon bei unserem What to Watch. Ich lege nochmal allen ans Herz Dear White People, die ziemlich großartig über sehr viele verschiedene antirassistische Dinge informieren. Drei wunderbare Staffeln. Wenn ihr lieber etwas historisch kontextualisierendes gucken wollt, lege ich euch ans Herz If Beale Street Could Talk, ein wahnsinnig großartiger Liebesfilm, der aber sehr gut informiert darüber, wie Rassismus in den USA funktioniert. Und wenn ihr lieber etwas Inspirierendes gucken wollt, dann schaut doch bitte die Michelle Obama-Doku Becoming über ihre Book-Tournee zu ihren veröffentlichten Memoiren. Diese Frau findet immer die richtigen Worte. Sie ist on point, großartig. Sie ist irgendwie so ein großes Vorbild von so vielen verschiedenen Menschen, völlig zu Recht. Michelle Obama for President. Ja, acht Jahre nur. Danach kann The Rock, okay? Bist du denn zufrieden? Dann kamen wir schon noch ein paar andere Frauen ein, die es vorher machen sollten. Aber ist okay. Jane Fonda zum Beispiel. Okay, dann von mir ist auch Jane Fonda. Okay, du willst The Rock nicht haben. Warum nicht? The Rock ist super nice. Das ist ein super Typ. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich mag The Rock. Ich finde das okay. Ich weiß nicht, ob er der beste... The Rock. Ronald Reagan hat es auch geschafft. Ja, und well, how that worked out, right? I was joking, okay. Also, ich habe noch ein paar andere Sachen, weil wir jetzt relativ viele Filme in die Richtung empfohlen haben. Wenn ihr wirklich eine Auszeit braucht und auch diesen Podcast hört, um mal kurz runterzukommen und Energie zu tanken, um wieder anzugreifen, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Last Days of American Crime könnte ein guter Film sein, der gerade auf Netflix rausgekommen ist, der ein bisschen an Protest und vor allem erinnert und hat auch ein interessantes Konzept mit so einem... Also, man könnte schon sagen, das ist ein Sci-Fi-Film, obwohl der, finde ich, sehr 60s, 70s wirkt, vom Style her. Aber hat doch einen Sci-Fi-Gedanken also ganz cool gemacht. Dann ist die vierte Staffel, glaube ich, jetzt rausgekommen von 13 Reasons Why. Also, das ist ja auch mal sehr beliebt bei vielen. Ich war ja nicht mehr so angesprochen. Ist das diese tote Mitternachtung? Ja, ja, genau. Ah, okay, okay. Genau, das ist rausgekommen und so. Und dann habe ich etwas Cooles gesehen letzte Woche, das kam schon raus, und zwar Spelling the Dream. Das war ja unglaublich gut. Und zwar geht es da um die National Spelling Bee, also den Buchstabierwettbewerb der USA, der ja auf großen Medien übertragen wird, auf der ESPN, also der größte Sportsender, überträgt das Finale. Jedes Mal, jedes Jahr. Großartig. Und da geht es natürlich um die südostasiatische Community, die in Amerika da eigentlich abräumt. Also, eigentlich fast relativ viele Inder. Ich glaube, die letzten 26 von 31 Gewinnern waren Inder. Oder beziehungsweise indischer Herkunft. Und das ist halt total verrückt. Und eine Szene, kann ich mal erzählen, die hat mich zu Tränen gerührt. Da war halt so ein kleiner Junge, der war in der zweiten Klasse und der hat dann da auch, ich glaube, auf nationalen Ebene war das auch, die finale Runde mit den letzten so und so viel, hat dann da mitgemacht und hat dann sein Wort aber nicht geschafft und hat dann gesagt, sowas in der Richtung wie, ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und so und ich wünsche allen anderen ganz viel Glück. Und dann geht er so von der Bühne und er ist auch super süß. Und dann geht er von dieser Bühne da und dann ist sein Vater da und dann nimmt er den in den Arm und dann fängt er an zu weinen, weil er rausgeflogen ist. Und das war einfach so herzzerreißend. Einfach herrlich. Guckt euch das an, es lohnt sich und es ist halt total verrückt. Und diese Community ist natürlich auch eine, die vielleicht nicht im Sinne von Black Lives Matter oder so unterdrückt ist in dem Sinne, aber eine, die auch wenig Wort bekommt. Und wenig Repräsentation. Meine ich damit, genau. Und deswegen, guckt euch das an, es lohnt sich definitiv da reinzugucken. Und natürlich bis... Und apropos Repräsentation Matters. Bisschen Reality-TV hier. Die fünfte Staffel von Queer Eye ist on. Ich habe vorhin schon zum Mittagessen reingeschaut und bin schon wieder all in. Super. Ich gucke es mir auch an, aber ich bin irgendwie nicht so excited wie du. Ist, wie es ist? Ja, ist manchmal so. Was soll ich sagen? Also manchmal... Also wie gesagt, ich habe dafür andere... Du brauchst dich nicht erklären. Du hast es ja schon erklärt. Andere Repräsentation-Sachen. Gut. Und dann natürlich Somebody Feed Phil ist da. Das packe ich auch mal in die Shownotes hier. Den geilen Scheiß. Den Supersong von Somebody Feed Phil. Der ist das so richtige... Also Phil ist einfach... Sein Gesicht, warte mal, ich weiß nicht, ob man es nachmachen kann, aber so... Der freut sich ja immer so total komisch. Und wenn er sein Essen sieht und wenn er sein Essen isst, das ist halt super amüsant. Jedes Mal. Wie heißt der Biolek? Ein oder zwei Mal. Ja. Lecker. Also, wenn ihr bisher noch nicht... Also, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt, fragt, warum soll ich mir eine YouTube-Variante davon anfangen? Kommt doch mal zu uns, zu YouTube und guckt euch Toms Feed Phil-Gesicht an. Es lohnt sich. So sieht es aus, Freunde. Vielen Dank, dass ihr da wart. Guckt vorbei auf Instagram unter dropmag-official oder halt bei YouTube unter dropmag- beziehungsweise drop... Oder guckt euch unseren Movie-Poster-Podcast beziehungsweise meinen Movie-Poster-Podcast an, weil Julia habe ich noch gar nicht da gehabt eigentlich. Aber du bist ja auch nicht so eine Poster-Sammlerin, ne? Nee. Also, wir können gerne mal einen Bücher-Podcast machen gemeinsam. Da reden wir dann über deine extensive Star-Wars-Bücher-Sammlung. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Aber nee, sorry. Ach komm, du fandst auch... Aber Queen of Shadow fandst du da auch gut, oder nicht? Ja, finde ich super. Aber du wolltest eigentlich halt über deinen Poster-Podcast. Ja, kleiner Plug hier an dieser Stelle. Freitag kam der neue Movie-Poster-Podcast raus, den ich ja eigentlich mit Anthony Petrie machen wollte, der ein sehr geiles Frankenstein-Poster gemacht hat. Frankenstein. Und der wollte... Also, wir wollten unser Interview machen am letzten Montag. Und da ist es leider was dazwischengekommen. Und zwar die Proteste in L.A. Er wohnt in Downtown L.A. und ist dann runtergegangen. Und wollte halt... Hat mir halt wirklich ein Video geschickt, wie die Polizei gerade vorbeigegangen ist und Tränengas verschossen hat und Gummigeschosse. Und mitten in Downtown L.A. Und er meinte, die Polizei kreiselt mit Helikoptern die ganze Zeit und das ist eigentlich kein Aufnehmen so richtig möglich. Und deswegen haben wir das Ganze verschoben. Aber die Kunst zeige ich natürlich trotzdem. Und dann wird es natürlich einen Breakdown dieser Sache später geben, wenn sich vielleicht etwas die Lage beruhigt hat. Also, macht's gut. Danke fürs Zuhören, Leute. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.